Lieutenant, haben wir eine Verbindung zu Mr. Spock? Die Hitze grillt seinen Kommunikator, aber noch haben wir Kontakt. Wir versuchen, diesen Planeten aus einer totalen Annihilation zu retten. Jeder ist unter eine sauvage Pressure. Bin bereit. Wir müssen ihn zurückholen. Ich nehme einen Anzug und gehe runter. Wir müssen das Shuttle verlassen. Wir können ihn nicht hier lassen suchen. Wir haben keine Wahl. Es tut mir leid, Ohura. Spock, wir versuchen zur Enterprise zu kommen. Wir werden dich da rausholen. Wir haben mehr Leute und Waffen. Wir haben mehr Leute und Waffen. Ich wollte ihn aus dem Kuss. Ich weiß nicht, ob ich etwas oder jemanden kacke. Ich wollte ihn aus dem Kuss oder jemanden kacke. Ich wollte ihn aus dem Kuss. Ich hatte einen wunderbaren Zeit mit JJ und der Kass und der Crew. Also, um eine Möglichkeit zu kommen, mit den gleichen Leuten zu kommen, bin ich sehr, sehr glücklich. Wir haben mehr Leute und Waffen. Wir haben mehr Leute, die Leute zu kommen, bin ich sehr glücklich. Wir haben mehr Leute und Leute, die Leute zu kommen, bin ich zu kommen, bin ich sehr glücklich. Wir müssen uns nicht Tai.